Eutin ist die Kreisstadt des Kreises Ostholstein im Osten Schleswig-Holsteins. Geografie Eutin liegt inmitten der Seenplatte der holsteinischen Schweiz zwischen großem Eutiner See, kleinem Eutiner See, Kellersee und Ukleisee im Naturpark holsteinische Schweiz. Neben der eigentlichen Stadt Eutin gibt erst noch die vier Dorfschaften Vissau, Neudorf, Siebersdorf und Sielbeck, die eigene Dorfvorstände bilden. Geschichte Der Name Eutin ist slawischer Herkunft. Seine Bedeutung ist nicht ganz sicher, wahrscheinlich ist er von dem Personennamen Uta abgeleitet. Die slawischen Abodriten besiedelten seit dem 7. 8. Jahrhundert N. CHR, das östliche Holstein und errichteten auf der Fasaneninsel im großen Eutiner See eine Burg. Im Zuge der deutschen Ostsiedlung wanderten seit dem 12. Jahrhundert niederdeutsche und holländische Siedler zu. In und um Eutin siedelten sich Holländer Familien an. 1156 wurde Eutin-Marktort und Residenz der Bischöfe von Lübeck. Die Stadtrechte erhielt es im Jahre 1257. Seit 1439 ist bei der Stadt vor dem Lübecker Tor eine Leprakolonie nachweisbar. Das Sankt-Jürgen-Stift genannt wurde und später in das Sankt-Georg-Hospital aufging. Im Gebäude des Hospitals befand sich später das Kreisheimatmuseum. Nach der Aufhebung des Fürstbistums im Reichsdeputationshauptschluss 1803 wurde Eutin mit dem Stiftsgebiet als Fürstentum Lübeck Teil des Großherzogtums Oldenburg. 1937 übernahm die Provinz Schleswig-Holstein dieses Gebiet durch das Groß-Hamburg-Gesetz als Landkreis Eutin. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gehört es zu Schleswig-Holstein. In den Hexenverfolgungen 1575 bis 1650 sind 16 Verfahren wegen Hexerei und Zauberei belegt. Mindestens acht Menschen in Eutin wurden in den Hexenprozessen hingerichtet. Als Reiseprediger begleitete Johann Gottfried Herder im Jahr 1770 den Eutiner Erbprinzen Peter Friedrich Wilhelm. Zwischen 1776 und 1829 erlebte Eutin eine kulturelle Blüte. Der Sturm und Drang Lyriker Friedrich Leopold zu Stolberg, der Dichter und Humorübersetzer Johann Heinrich Woss, der Dramatiker Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, der Philosoph Friedrich Heinrich Jakobi und andere weithin bekannte Schriftsteller lebten hier und bildeten den Eutiner Kreis. Matthias Claudius Friedrich Gottlieb Klopstock, Wilhelm von Humboldt sowie andere bedeutende Persönlichkeiten kamen nach Eutin und suchten den Gedankenaustausch mit ihnen. Der weltberühmte romantische Komponist Karl Maria von Weber wurde 1786 hier geboren. Der Goethe-Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein lebte und wirkte seit 1808 bis zu seinem Tode 1829 in der Stadt. Dies trug Eutin die Ehrenbezeichnung Weimar des Nordens ein. In der Zeit der Weimarer Republik wurde Eutin eine sogenannte Hochburg der Nationalsozialisten. 1926 besuchte Hitler die Stadt. Von etwa Juli 1933 bis Mai 1934 betrieb die SA das KZ Eutin ein frühes Konzentrationslager in dem insgesamt 259 Zwangsarbeiter, meist Dissidenten, gefangen gehalten wurden. Ab 1936 versuchte der Eutiner Dichterkreis unter nationalsozialistischen Vorzeichen an die Tradition des historischen Eutinerkreises anzuknüpfen. Der vom Dichterkreis herausgegebene Einmannach enthielt aber vor allem Heimatkunst und stellte sich in den Dienst der Blut- und Bodenideologie. Das machte den Eutiner Dichterkreis zu einer bedeutenden literarischen Gruppe Deutschlands in der Zeit des Nationalsozialismus. 1993 wurde Eutin zum heilklimatischen Kurort ernannt. Politik Von den 27 Sitzen in der Stadtvertretung hat die CDU seit der Kommunalwahl 2013 10 Sitze, die SPD 8 und die Grünen 5 Sitze. Die FDP und die Wählergemeinschaft FWE haben je 2 Sitze. Bürgervorsteher ist Dieter Holst. Seit dem 1. Januar 2007 führt die Stadt im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft die Verwaltungsgeschäfte für die amtsfreie Nachbargemeinde Süsel. Blasonierung Das Kreuz verweist auf die Verleihung des Stadtrechts durch den Lübecker Bischof Johann von Diest. Die Rosen sind Zeichen der Gerichtsbarkeit und die Lilien mittelalterliche Symbole für Reinheit. Die Inschrift VTIN steht für den Ortsnamen. Öffentliche Einrichtungen 1951 wurde in Eckernförde Karlshöhe die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein als Bereitschaftsabteilung aufgestellt und am 1. Juni 1956 nach Eutim-Hubertus-Höhe in eine neu errichtete Polizeiunterkunft verlegt. Im August 1957 zog die seit dem 5. November 1945 in Flensburg-Mürwig, ab März 1946 in Eckernförde und ab Juli 1950 in Kiel-WIK ansässige Landespolizeischule ebenfalls in die Polizeiunterkunft Eutim-Hubertus-Höhe um. Ab Juli 1974 verlegte die Landespolizeischule von Eutim in einen Neubau in Kielbiz-Höhe an Gemeinde Mallente-Gremsmühlen. Am 1. April 1994 wurden nach Maßgabe eines neuen Polizeiorganisationsgesetzes die zwischenzeitlich als Bereitschaftspolizeiabteilung bezeichnete, Polizeidienststelle und die Landespolizeischule zu einer einheitlichen Polizeibehörde zusammengelegt. Unter einem gemeinsamen Dach waren nun Ausbildung, Fortbildung und Einsatz angesiedelt. Die Bezeichnung der neuen Eutiner Polizeibehörde lautete nun, Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein abgekürzt. PDAFB Die PDAFB ist neben den acht Polizeidirektionen in Schleswig-Holstein eine sogenannte Fachdirektion. Eutim ist Standort des Aufklärungsbataillons 6 der Heeresaufklärungstruppe der Bundeswehr. Die Redberg-Kaserne wurde nach dem einstigen Regimentskommandeur Karl von Redberg des Infanterieregiments Lübeck benannt. Deren Drei-Bataillon wurde im Oktober 1913 hier im damaligen oldenburgischen Fürstentum Lübeck garnisoniert. Eutim ist Sitz des Amtsgericht Eutim. Der Gerichtsbezirk des Amtsgerichts Eutim umfasst die Gemeinden Ahrensböck-Bosau, Eutim, Kassedorf, Malente, Scharbeutz, Schönwalde am Bungsberg, Süsel und Trimmendorfer Strand. Kultur und Sehenswürdigkeiten Eutim hat eine Altstadt, die um den historischen Marktplatz gruppiert ist und sowohl früh-neuzeitliche Fachwerkhäuser als auch klassizistische Bauwerke umfasst. Von der Bundesstraße 76 abgehend steht an einem kleinen Forstweg im Dodauerforst die 500-jährige Bräutigamseiche mit eigener Postanschrift. Sie dient der Zusammenführung von ehewilligen, besonderen Bauwerke Alte Mühle Eutim. Eutiner Schloss mit Ursprüngen um das Jahr 1160 in Englischem Landschaftsgarten, Kreisbibliothek in der ehemaligen Wagner-Remise des Schlosses, Ostholstein-Museum Eutin im früheren Marstall, Eutiner Landesbibliothek im Kavalierhaus, Hofapotheke, Herzogliches Palais von 1786, St. Michaeliskirche, Rathaus, Johann Heinrich-Woss-Schule, Karl-Maria von Weber-Schule, Neugotischer Wasserturm von 1909, Jagdschlösschen am Ukleisee, Fonshaus, am 29. Januar 2006 ging das fast 300 Jahre alte Traditions-Gasthaus am Wossblatt 6 gegen 23. 2030 h in Flammen auf und brannte bis auf die Grundmauer nieder. Gartenhaus des Hofmalers Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Stolbergstraße 8, der Kaiser Wilhelm-Turm, der Karl-Maria von Weber-Hein, Spätklassizistische Gebäude-Ensembles, Baujahr 1791, am Markt, Baujahr 1909, Malstedtstraße, Plönerstraße, Baujahr 1776. Um Pfingsten herum wird auf dem zentralen innerstädtischen Marktplatz das Bluesfest Eutin veranstaltet. An einem August-Wochenende findet außerdem jedes Jahr das Eutiner Stadtfest samt Trödelmarkt in der gesamten Altstadt statt. Das renommierteste Sportereignis im Jahr ist der jährliche Rosenstadt-Triathlon. Zu Ehren Karl-Maria von Weber's finden seit 1951 im Schlossgarten auf einer Freilichtbühne die renommierten Eutiner Festspiele statt. In den Sommermonaten werden hier vor fast 2000 Besuchern Opern und Operetten aufgeführt, gelegentlich auch Weber's Opern, vor allem der Freischütz. Das Hausorchester sind die Hamburger Symphoniker, die in Eutin bereits Opernstars wie Hanna Schwarz, Leandra Ufermann, Ruth Margret Pütz, René Kolo, Kurt Moll, Nikolai Gäder, Theo Adam und Hermann Prey begleiteten. Seit 2007 veranstalten die Eutiner Festspiele auch ganzjährig monatliche Schlosskonzerte. Die Freilichtbühne fasst 1886 Besuchersitzplätze und hat bisher außer einem Optioner-Ehen-Dach für den Orchestergraben keine Überdachung. Am 17. Januar 2008 wurden erstmals Pläne für einen Opernpavillon vorgestellt, dessen Finanzierung aber noch ungesichert ist. Am Tag des offenen Denkmals findet das Histotainment vieler Liefererei statt. Seit 2004 findet im Winter in Eutin Eutin in Flammen statt. Das bedeutet, dass Häuser und Bauten wie das Eutiner Schloss mit Scheinwerfern in verschiedenen Farben ausgeleuchtet werden. Bekannt ist die Lichtkunstaktion auch unter der Bezeichnung Lichterstadt Eutin. Der Weihnachtsmarktwerkstatt der Engel findet Ende November am und im Eutiner Schloss statt und hat Stände von 100 Ausstellern mit handwerklichen und bodenständigen Weihnachtsartikeln. Zum Flair tragen bei die Feuerkörbe am Eingang mit brennendem Holzscheiten, eine Weihnachtskrippe mit lebenden Darstellern und Tieren und ein Konzert auf einem mobilen Karillon. Verkehr Bahn seit dem 31. Mai 1866 gibt es eine Eisenbahnverbindung nach Kiel und nach Neustadt durch die Altona-Kieler Eisenbahngesellschaft. Seit dem 10. April 1873 gibt es eine Eisenbahnverbindung nach Lübeck durch die Eutin-Lübecker Eisenbahngesellschaft. Die Bahnstrecke Kiel-Lübeck betreibt heute die Deutsche Bahn durch ihre Tochter DB-Regio. Die Verbindung nach Neustadt existiert nicht mehr. Straßenanbindung Die Bundesstraße 76 verbindet Eutin mit Kiel und der Bundesautobahn 1 nach Lübeck und der Metropolregion Hamburg wie auch der Öres und Region Kopenhagen-Malmö. Flughäfen Die nächsten Flughäfen sind der Flughafen Lübeck-Blankensee und der Flughafen Hamburg. Ein Sportflugplatz ist rund 12 Kilometer entfernt. Schifffahrten seit über 100 Jahren finden auf dem großen Eutiner See Schifffahrten statt. Heute verkehrt Ostern und zwischen Mai und Oktober ein Fahrgastschiff der Eutiner See Rundfahrt. Punkt Städtepartnerschaften Nüköbing-Pfalster in Dänemark Putbus auf Rügen Lorenz in Kansas USA Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Friedrich Breyer, Theologe, Altphilologe und Direktor des Katharineums zu Lübeck, Kirsten Brun, Sportlerin, Hubertus Buchstein, Politologe und Professor, Imke Büchel, Schauspielerin, Lars Büchel, Filmregisseur und Produzent, Roland Diekmann, Politiker, Wilhelm Dietmann, Politiker, Hannielas, Übersetzerin, Peter Engel, Schriftsteller, Fadim Glonne, Schauspieler, Annalena Grell, Handballspielerin, Ludwig Haas, Schauspieler, Konrad Heidenreich, Architekt, Wilhelm Hellwag, Eisenbahningenieur, Günther Jansen, Politiker, Tim Christopher Jost, Handballspieler, Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister in Kiel, Matthias Klage, Rechtsanwalt und Fernsehdarsteller, Christian Kles, Olympiasieger 1996 in Atlanta, Friedrich Kühn, Offizier, zuletzt General der Panzertruppe, Fritz Latendorf, Kommunal- und Landespolitiker, Sportfunktionär, Andreas Malus, Generalmajor der Bundeswehr, Nikolaus Mercator, Mathematiker, Wilhelm Ludwig Nitsch, Lutherischer Theologe, Jens Lütke, Handballtrainer und Handballspieler, Heinz OHFF, Kritiker und Autor, Anna Oppermann, Bildende Künstlerin, Adolf Pansch, Anatom, Anthropologe und Polarforscher, Jens Plöttner, Diplomat, Axel Prahl, Filmschauspieler, Sandra Redmann, Politikerin, Daniel Richter, Künstler, Michael Rüber, Grafiker, Bildender Künstler und Autor, Maximilian Heinrich Rüder, Jurist und Politiker, Günther Sasse, Germanist, Hedwig von Schleswig-Holstein-Gottorf durch Heirat, Königin von Schweden und Norwegen, Johann Friedrich Julius Schmidt Astronom und Geologe, Gabriele Skopenhauer Politikerin, Christian Schröder Fernsehjournalist und Moderator, Stefan Sell Sozialwissenschaftler und Professor an der Fachhochschule Koblenz, Peter Thiesen Pädagoge und Schriftsteller, Peter Thoms Schauspieler und Jazzmusiker, Peter Friedrich Ludwig Tischbein, deutscher Oberförster, Entomologe und Paläontologe, Jan Friedrich Tönnies Erfinder, Wissenschaftler, Fabrikant und Politiker, Friedrich Adolf Trendelenburg Philosoph, Friedrich Augusten Juckert Historiker, Geograf, Bibliotheker, Kai Vogel Politiker, Stefan Wogenauer Rechtswissenschaftler, Hans Voss Architekt, Karl Maria von Weber Komponist, Horst Wiemann Handballspieler und Trainer, Andreas Johannes Wiesent Kulturwissenschaftler, Heinrich Wiese, deutscher Politiker, Dirk von Sitzewitz, Rennfahrer, Vincent Weiss, Sänger, weitere Persönlichkeiten, die in Eutin wirkten, Hans Adolf Asbach, Politiker, Heinrich He, Pastor, Heimatforscher, Initiator des Ostholstein Museum Eutin und Archäologe, Gabriel Gottfried Bredow, Schulleiter und Hochschullehrer, Matthias Claudius Dichter, Lieselotte Clemens Schriftstellerin und Sachbuchautorin von 1966 bis 1980 Musiklehrerin an der Karl Maria von Weber Schule in Eutin, Emanuel Geibel, Lyriker, Georg Regenhofer, spätbarocker Hofbaumeister, Gerhard Anton von Hallem wirkte von 1814 bis 1819 als 1. Rat der Regierung, Seine ehemalige Privatbibliothek bildet den Grundstock der Eutiner Landesbibliothek. Friedrich Friedrich Meister, Komponist und Organist, Johann Wilhelm Petersen, Theologe, Heinrich Arminius Riemann, Theologe, Hugo Rönck, Theologe, letzter DC-Bischof der Thüringer Evangelischen Kirche wurde 1945 aus seinem Kirchenamt gedrängt, von den US-Militärbehörden vorübergehend festgenommen und hat anschließend als Pastor in Eutin gewirkt, Wolfgang Saalfeld, Ortsgruppenleiter und Kreisleiter der NSDAP in Eutin, Robert Schade, Goldschmied, Eutiner Ratsherr, Förderer des Feuerwehrwesens und Förderer der Wohlfahrt, Johann von Schleswig-Holstein-Gottdorf genannt Bischof Hans, protestantischer Fürstbischof des Fürstbistums Lübeck, Johann Georg Schlosser, Jurist, Staatsmann, Schriftsteller, Hans Heinrich Siewert, Leichtathlet und Olympiateilnehmer, Ludwig Philipp Streck, Maler, Hofmaler des Eutiner Schlosses, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Maler, Ferdinand Tönnies, Soziologe, wohnte von 1901 bis 1921 in der Auguststraße 8, Johannes Waldig, Kunstmaler und Züchter der Apfelsorte Holsteiner Cox, Hans Woss, Konteradmiral der Kriegsmarine im Ersten und Zweiten Weltkrieg, Johann Heinrich Woss, Dichter und Übersetzer, lebte ungefähr 20 Jahre in Eutin, wo er bis 1802 Rektor der Eutiner Lateinschule war. 1920 wurde das altsprachliche Gymnasium aufgelöst und die letzten Klassen mit denen des Realgymnasiums im Gebäude der heutigen Johann Heinrich Woss Schule zusammengelegt. Johann Heinrich Woss ist der Übersetzer von Homers Elias und Odyssee. Ludwig von Wedderkopp, Jurist, wurde 1867 Bürgermeister von Eutin, Theodor von Wedderkopp, Jurist und Schriftsteller, Wilhelm Wisser, Gymnasialprofessor und Mundartforscher, Trivia. In Eutin und Umgebung wurde 1977 der Tatort-Klassiker-Reifezeugnis mit Nastasja Kinski und Klaus Schwarzkopf gedreht. Im Jahr 2009 berichtete die Sendung Extra 3 über einen Vorfall, bei dem von der Stadt Eutin für Bürobedarf 32.000 Euro an einen Händler überwiesen wurden, obwohl sich die Rechnung nur auf 32 Euro belief. Der Händler ging kurz darauf in Insolvenz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017